Ich bin Caro Dahme, ich komme ursprünglich aus Thüringen, bin dann aber in den Ruhrpott gegangen, um dort meine Ausbildung zu machen in Bochum. Habe dann gedacht, okay, ich brauche einfach mal einen Tapetenwechsel und bin dann einfach nach Heidelberg gegangen ins Anarchistetto Kollektiv, da arbeite ich jetzt. Angefangen habe ich mit so sketchy Sachen, so ein bisschen skizzenhaft, bin jetzt aber eher so ein bisschen freigeistiger unterwegs, mache jetzt wirklich mehr so florale Sachen, Tiermotive ganz gerne, auch mal so ein bisschen Porträtgeschichten, aber irgendwie auf meine Art, das ist ganz schwer zu beschreiben. Ich bringe aber ganz gerne auch mal so Dot Work Sachen mit ein, Pattern, so Sachen, um das einfach ein bisschen aufzulöckern. Ja, ich bin 30 Jahre alt, tätowiere jetzt seit sechs Jahren und habe schon vor, auch das noch lange weiterzumachen, ja.